Hi Leute, ich bin SpookyVF. Mein Kanal steht für Leidenschaft am Gaming, die Freude am Zocken. Mit euch dieses ganzen Inhalte zu teilen und die jüngsten Ereignisse, das erreichen der 1900 Abonnenten und der 750.000 Aufrufe auf meinem Channel, Videoaufrufe mit über 3000 Videos, die ich in den letzten 7 Jahren hochgeladen habe, zeigt mir, dass ich ganz viel Leidenschaft mit euch geteilt habe und deswegen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ich habe so viele Menschen erreicht und diese Freude am Zocken mit ihnen geteilt und deswegen geht ein ganz dicker Dank raus. An alle, die mich irgendwann mal abonniert haben, ob sie neu dabei sind, ob sie mich von vornherein abonniert haben, ob sie mich schon seit Jahren verfolgen. Es ist einfach geil, diese Community zu haben und diese Freunde am Zocken mit euch zu teilen. Deswegen gibt es jetzt dieses Special für euch. Lehnt euch zurück und genießt es. Noch ein paar Worte möchte ich verlieren über dieses Format, denn ich auch trotz Erreichen der 750.000 Aufrufe der 1900 Abonnenten, möchte ich natürlich nicht stillstehen, ich möchte mich weiterentwickeln und habe mir deswegen ein neues Konzept ausgedacht, ein neues Format, wo ich noch mehr Spiele euch präsentieren kann und noch mehr Freude am Spielen. Und deswegen ist jetzt dieses neue Format im Kommen Gaming with Friends und da werde ich eben alles, was man irgendwie kooperativ oder kompetitativ spielen kann, bringen. Also nicht alles, aber ja, die Bandbreite ist groß, man kann da alles reinbringen, man braucht da keinen festen Let's Play. Ob das mal mit Freunden Fortnite ist, ob das Monster Hunter ist im kooperativen Modus, ob das Dead by Daylight ist oder PixArk einfach mal eine Mission. Es ist einfach kein fester Let's Play, man macht einfach mal, so wir machen jetzt eine Folge, machen dies und das und das bringen wir unter dem Gaming with Friends. Und dann brauche ich kein extra Let's Play dafür, da kann manches Spiel vielleicht nur einmal irgendwie vorkommen. Aber es kommt vor und wir werden Spaß drin haben. Ob es kann auch Call of Duty sein, also wie gesagt, es kann alles sein. Und ich habe Gaming with Friends gewählt, statt Gaming with Abos oder Gaming with Subs, Gaming with Abonnenten, weil Gaming with Friends hört sich erstmal viel besser an und zweitens, ja, ist man, wenn man zusammenspielt, ja in irgendeiner Weise befreundet. Auch wenn es nur jetzt nicht persönliche Freunde sind, wie wenn man jetzt auf dem Playstation-Markt, äh, Playstation, also auf dem PSN befreundet oder auf Steam befreundet. Man ist ja so gesehen befreundet und deswegen heißt das Ganze Gaming with Friends. Und ihr seid herzlich eingeladen damit zu spielen, damit zu spielen und, ja, auch, ähm, private Freunde, also die ich wirklich persönlich kenne, sind dabei. Und da wird auch die erste Folge Dead by Daylight als nächstes kommen. Aber jetzt genießt den Inhalt dieses Videos. Ich habe euch ein paar Clips zusammengeschnitten, mit Musik untermalt und ich bedanke mich ganz herzlich für euren Support. Das ist mega cool. Euer SpookyVF. Bye. Bye. Ich bin nicht hochkommen. Ich bin ganz schwach. Ich bin nicht hochkommen. Ich bin nicht hochkommen. Ich bin nicht hochkommen. Ich bin nicht hochkommen. Halt. King, King Frank Whitebitch straight auf unsere Message. Die Sprengladung wurde platziert. Die Scheiß-Drecks-Map-Bau! Oh, das ist bei Alvi da als Mountain rumschleichend mit Kauern und ihrer Huremutter. Die Sprengladung wurde platziert. Die Sprengladung wurde platziert. Was ist das? Ich sabotiere mal, Holger. Alter, wer hat das? Boah, Alter, ich bin gelarft und bin direkt vor Arm gewesen, Alter. Es hat nur das Schweinemask gesehen, ey. Oh, leck. Hab gedacht, was ist das für ein Kribbel hässlicher. Boah, Alter, mein Fenchner ist grad scheiße vorbeigeflossen. Krufenstoß. Alter, Alter. Ich bin ja wirklich in die Buchs gekackt, ey. Steht sich voll vor mir. Scheiße. Die jagt mich. Genau. Ich bin entkommen. Du, leck, du stehst im verdammte Alborhal. Was ist da? Die kämpft, glaube ich, so. Ja, ich steh direkt näher dran, Alter. Die sieht mich aber nett. Nee, nette Taschelamm. Nee, leider nicht. Dann ist es weglocker. Geht das? Ja, ich lockse. Nee. Nee. Sie geht nicht für den Fall, Alter. Das ist gleich attackers. Gerade fällt auf ein Platz. Instead的人 funktioniert sind. Ja, ich ändere mich. Dann festsache. Não fates für 30,000. Dann f tapen sich. Alles klar. Da sind keine Sinnen. I need an angel To save me from myself